Herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2. Wir befinden uns jetzt gleich in Episode 2, ein geteiltes Haus. Ich habe mal wieder keine Ahnung worum es geht, aber ich fand den Teaser in der letzten Folge schon extrem gemein. Und das hat mich super super neugierig gemacht, deswegen will ich jetzt auch gar nicht quatschen und direkt losstarten. Ich will jetzt wissen wie es weiter geht. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about coal. Now I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. Krista, run! I'm out, grab her, let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Maybe I could stay here for a little bit, if that's alright. I've got no problem with it. Jesus, Mary and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. I'm fine. I'm fine. Just, just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way. Damn it, you get your asses over here, both of you. We have to go. You could have saved him. How could you just leave him? What do you do? da jetzt verschanzt da muss ja jetzt seine hintertür und fenster auch wehe der ist jetzt auch pissig auf uns ja geht schon wieder gut los wie laut ich der plan hilft mir findet was ist er dumm okay ich dachte schon okay das verschafft uns zeit ist gut und jetzt und so look wird uns finden das mit p tut mir leid ja jetzt der wird gebissen back at the stream pete got bit what he got bit he wasn't going to make it ach jetzt sei nicht so eine mimi ich kann verstehen dass sein onkel eine vaterfigur für ihn war und wenn man so jemand verliert ist immer ganz schlimm wir haben ja selber lief verloren aber das hilft uns jetzt halt überhaupt nicht ich meine selbst clementine in ihrem alter es gebacken kriegt hier irgendwie einen klaren kopf zu behalten und zu gucken dass wir hier raus kommen dann wird das in der halbwegs erwachsener mann doch wohl auch hinkriegen das regt mich mal so auf aber auch das aufregen hilft uns jetzt nicht weiter ja toll ja toll ja scheinbar schon wo haben wir denn das fernglas her ach vielleicht in unserem rucksack hatten wir da eins drin den haben wir ja wieder vielleicht oh ein brett fürs fenster nein alkohol was ist das jetzt sehen wir whisky dein ernst bravo oh jetzt ärgere ich mich dass wir den alkohol gegeben haben ich finde nicht dass das eine gute idee ist sicher zu besaufen aber muss er ja wissen und auch scheinbar keiner um uns zu holen ja mach krach toll machst du das wir hätten den nicht retten sollen also jetzt bereue ich es gerade ein bisschen hör doch auf du sackgesicht jetzt man das ist ja schlimmer als ein kleines kind ja das tut mir leid aber das hilft uns jetzt auch nicht ja sounds weird when i said out loud huh luke always used to push me i never wanted go into business with him I remember when he sold me on his big plan some fucking plan case of beer and he just said Nick we're burning daylight that was that after six months we were flat broke I didn't care we were having fun I wish I was like him I wish I could keep moving all the time I'm just not built like that everyone I grew up with it'll happen to them now it's gonna happen us you're just just drunk. No we're gonna do it. This whole world is fucked. We'll make it. Bullshit. I mean what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never going to stop. Eventually it'll be our turn. I can't believe we've been here a day. A day. It's been a day, right? Mm-hmm. Hey kid. Have a drink with me. Candy. No thanks. Klaren Kopf bewahren. Immer. Listen. They're not coming for us. You should go. Run for it. What are you gonna do? Stay here. I'm tired. Go find Luke and the rest. They'll take care of you. We can make it. We have to try. I don't have to do anything. Oh okay. Good done. Good done. The Blyper. Now, foot nine. Come with me. Are you kidding? And leave all this? You can't just sit here and die. Why not? What is it matter? You still have Luke and everyone else. Their family. Nick, I need your help. Please. Please. Yeah, come, bitte. Reiß dich zusammen. Ein bisschen. You're right. Gut. Yeah. Now look, if we get separated. The cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Der bringt uns in Gefahr so besoffen, wie der ist. You ready? Nee. Fuck it. Ich glaub, das endet nicht gut. Tu doch das Glas weg. Fuck you, motherfucker. Gut. Oh shit. Mhm. No shit, Sherlock. Hey, over here. Come on, you fucks. Look at me. Ist er dumm? Get the fuck out of here. I said, get the fuck out of here. Oh, Idiot. Ich wollte den jetzt nicht zurücklassen. Schawopp. Ausgewichen wie ein Profi. Aber hinter dem ist doch jetzt gar keiner und außerdem hätte der auch wieder in die Hütte zurückgehen können. Ich hoffe, wir sagen den anderen Bescheid und gehen noch mal dahin zurück und gucken. Mach mal, wie lange sind wir jetzt gerannt? Es war doch grad noch Nacht. Okay. Okay. Wir waren doch nur zu dritt? Oh. I told them not to go. Damn it, Luke. Clementine. Can you please watch Sarah? No. She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. We should go with you. It's too dangerous. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. Aber wir sollten uns doch fernhalten von der Sarah. Einen Scheiß mach ich. Ach. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe das hinter dem Haus gefunden. Es gab all kinds alten Sachen. Es ist so cool. Geh einen von mir. Komm mal, geh einen von mir. Sure. Ja, sie kann nichts dafür. Ich möchte das jetzt nicht an ihr auslassen. Okay, ich bin bereit. Ah, sie sind Angeln. Ja, ja. Ah, sie sind Angeln. Ja, ja. Ah, sie sind Angeln. Ich weiß, das ist nicht wahr. Ah, was ist denn jetzt mit ihr los? Was hat sie? Stille. Okay. Nein. Oh. Nur Luke ohne den Elven? Ich meine, die Sarah hat recht, ne? Sie muss das irgendwann lernen. Aber wenn wir ihr das beibringen, dann fliegen wir hier aber ganz hoch kann raus. Warum schleichen wir denn immer noch so? Die anderen wissen doch jetzt, dass wir hier sind. Sie haben uns immerhin bleiben lassen. Ja, keine Ahnung, okay. Dann gehen wir zur Tür. Aber wir dürfen noch nicht die Tür aufmachen. Oh shit. Was ist denn mit ihr? Hallo? 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 Wie geht's? Ich bin einfach gut. Danke dir. Meine Familie und ich sind auf dem Wasser. Ich bin mir etwas überrascht, dass wir uns noch nicht gehen. Was ist dein Name? Wie heißt du? Ah, Tür schließen. Hallo? Entschuldigung, dass ich dich verraten. Ja. Ich brauche nur ein paar Minuten von deinem Zeitpunkt. Das ist ein schönes Ort. Ist da jemand anderes? Du hast meistens nicht so großartig gesehen. Nur ich und Vater. Ja? Was ist sein Name? Ed? Ein starker Name. Ich liebe ihn bereits. Wo ist er? Er ist weg. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Nö, nö. Und eine ziemlich kleine, älteren Frau. Das sind viele Menschen, die zu verlieren. Sag mir über das. Dieses ganze Ding ist ein Schmerz in den Arsch. Aha. Das ist dieser Kawa bestimmt. Aber wie kriegen wir den denn jetzt wieder hier los? Ist aber auch smart die Tür einfach nicht abzuschließen, dass er einfach reinkommen konnte. Ja. Das ist eine Menge Pläte für zwei Menschen. Es sieht aus wie ein Tornado durchgegangen ist. Ja. Ja. Ich sollte die Küche machen. Du bist einfach durch oder? Du bist hier schon lange? Hey, hörst du. Ich hoffe, du bist nicht einer dieser Schmerz in den Norden. Du bist für Shangri-La, oder? Woher geht das? Ah, in der Schraube da. Ah, wir müssen den jetzt ganz dringend loswerden. Ich bin übelst angespannt gerade. Das ist ein wirklich tolles Ort. Ein bisschen kräftig. Mhm. Mhm. Grad nicht so doll, ne? Ich kenne einen Mann, der immer so solche Schmerzen hat. Ein Doktor. Ein richtig schmerz, Mann. Aber ein smarter Mann. Was hat mit ihm passiert? Mal sehen, dass wir unsere Differenzen hatten. Einmal später. Die Leute, die nahe zu dir finden, werden dich finden, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Mal sehen. Mal sehen. White ist in Trouble. Die Treppe ist doch voll laut. 3 Moves away from Checkmate. Was war das? Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Niemand ist hier. Scheiße. Der glaubt uns kein Wort. Was ich verstehen kann. Aber, hm. Keine Ahnung, wie wir den loswerden sollen. Ich hoffe, die smarte versteckt sich im Schrank oder unterm Bett. Oder... Na, unterm Bett ist vielleicht nicht so schlau. Aber irgendwo halt. Oh, doch, unterm Bett. Okay. Aha. Ich könnte dich hier nicht einfach mit einem guten Wissen bleiben, wenn jemand sich umgezogen hat. Genau. Wer ist das? Ähm. Mach ein Foto! Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie nie gesehen, wer diese Leute sind, oder? Nein. Ich weiß nicht, was du über das sprachst. Lass mich dir das fragen. Wenn du sie kennst, wie viel sie dich vertraut haben? Ah. Worauf willst du hinaus? Was ist dein Punkt? Wenn Leute dich nicht vertraut haben, wie kannst du sie vertraut haben? Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Don't come back. You have a real good day now. Aha. Du mich auch. Puh. Knappe Geschichte. Where is he? He's gone. What if he comes back? Mhm. Ich glaube auch, dass der wieder kommt. Ich bin calm. Was ist das, was er? Das ist nicht? Wir sind. Wir können nach hinten. Clementine! Sarah! Du warst mit Nick, right? Wir müssen ihn Hallo. Wir haben ihn. Eine Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Someone kam auf das fliegel! Was hat jemand gesagt? Clementine besagt. Und du in der Tür über ihn mit dir? Ich hab nicht gefragt. Nein. Oh, und am Meintel schnurrbart, tiefe Stimme. Mhm, genau. Ja. 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 Was warst du mit den Bildern? Carlos? Was? Du musst dich entschuldigen. Du schreitst dich. Ich habe die Bildern. Es ist meine Schuld. Nein, ich habe auch gefragt. Es ist meine Schuld. Sarah. Er war scouting. Wir sind glücklich. Er war nicht erwartet uns. Clementine hat ihn überrascht. Sie hat nicht da gewesen. Er war nicht mit Nick. Aber er wird zurück mit dem Rest. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Jeder, pack auf. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Das stimmt nicht? Wir müssen jetzt nachdenken. Bevor er zurückkommt, mit mehr schlechten Leute. Aber es wird okay. Lass uns einfach deine Sachen zu holen. Wo sind wir? Anywhere, aber hier. In die Mountains, vielleicht. Clem. Ich weiß nicht, was er dir gesagt hat. Aber er ist ein gefährlich Mensch. Er ist nicht weit weg von einem Kamp. Und er ist sehr dumm. Wir sind glücklich. Wir gehen zu uns. Ich habe dich, dass du entspricht. Aber er hat dich gesehen hat, du mit uns sicher bist. Du bist mit uns sicher. Wir müssen gehen. Was ist denn mit dem Nick? Wir müssen uns nicht nachdenken. Okay. Ja. Ja. Ich dachte schon, die wollten den jetzt zurücklassen, aber so ist okay. Nö, ich mag dich nicht mehr. Ja, ein bisschen. Okay, wir gehen dann mal. Oh. Der ist doch bestimmt nicht mehr da. Oder er ist besoffen. Doch, der ist doch da und besoffen. Ne, ich mach jetzt nicht die Tür auf. Edgebadge, wenn das Spiel die ganze Zeit so Cliffhanger hier uns vor die Nase werfen kann, dann kann ich das auch. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020